Ja, hallo, jetzt bist du ja schon mal Partner, Beziehungscoach, Technopsychologe und so weiter und so fort. Diesmal Video-Blog rund um die Themenwerte und Beziehung Liebe. Und ja, aber auch, natürlich auch Themen am Rande, sag ich mal. Oh, das heißt am Rande, die damit irgendwie zusammenhängen. Und wenn ich die Kamera rausnehme, so. Genau, heute geht es um das Thema Freunde, weil ich hatte da, ich hoffe, ich kriege das irgendwie eingeblendet, und ich habe auf Twitter was gesehen, dass die Suchabfrage nach, wie finde ich Freunde, so, dass die absolut durch die Decke geht. Also ich versuche, das hier mal einzublenden, also wenn ich das nicht eingeblendet kriege, also man sieht da so einen Grafen, der irgendwie 2004 oder so krümelte da unten rum und steigt wirklich so post-Pandemie-mäßig durch die Decke. Also offensichtlich, es strugglen die Menschen extrem damit, Freundschaften zu finden und ich kann damit total relaten. Also ich finde, das ist eine Katastrophe seit, ja irgendwo seit der Corona-Zeit. Ich meine, ich fand es vorher auch schon klar, wenn man sich so schnell verändert, jetzt ohne da eigene Wertungen dran zu packen oder viel umzieht oder das, was bei mir auch ein bisschen der Fall ist. Also klar, da fällt immer was hin und runter, aber ich versuche nicht, ich finde es auch ultra schwierig, weil man das Gefühl hat, man, ja, ich überlege immer, woran liegt das eigentlich? Also sicherlich ist es, glaube ich, für Männer, könnt ihr mal schreiben, ob es für Frauen noch so ist, für Männer jenseits der 25, wenn man schon, wie ich, 26, 27 ist oder noch älter, gibt es auch viel Forschung drüber. Ich weiß nicht, das ist schwierig, ich weiß auch nicht, warum da so viele Männer unbedingt Einzelgänger sein wollen, keine Ahnung. Aber ist scheinbar so. Oder sind sie eigentlich nur an ihrer Beziehung zugange irgendwie, wenn sie denn eine haben? Ja, Single-Haushalte nehmen zu. Aber ja, das ist eigentlich der Grund, weil die Menschen sehen sich ja nach Verbindung irgendwie, aber es scheint immer schwieriger zu werden. Und das ist auch eher so ein Aufruf mal an euch, mal Kommentare zu schreiben, was ihr so denkt oder wie ihr das erlebt. Wie gesagt, das ist bestimmt sehr altersabhängig, wenn du jetzt gerade am Studieren bist oder so, ist das vielleicht was anderes. Aber auch da habe ich es auf dem Bootcamp gehört, dass selbst Leute in den 20ern, 30ern, ja, das ist ja auch, hat mir auch jemand gesagt, gar nicht mehr trauen, Leute anzusprechen, dass man lieber tindert in dem Alter, wo ich immer denke, ey, wofür? Das kann doch nicht wahr sein, ey, bei der Uni ist, du bist doch da am gedeckten Tisch irgendwie. Aber scheint echt schwierig zu sein. Und irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, aber das soll jetzt zum Gotteswillen, ist das jetzt kein Verschwörungskontent und wenn ihr wieder drunter kommentiert, ein Verschwörungskontent, ich wirklich, ich lösche das alles. Aber trotzdem können wir schon vorstellen, dass Menschen sich auch unterschiedlich entwickelt haben unter diesen ganzen Lockdowns. Manche sind nach innen gegangen, manche sind in Drogen gegangen, manche sind nach draußen gegangen und weiß nicht, vielleicht passt da gerade, das wird sich ja auch wieder ändern, aber einfach nicht viel zusammen. Dieser unterschiedliche Umgang mit Covid hat, glaube ich, viele Freundschaften zerstört, weil man einfach so in Extrempositionen gegangen ist, dass man nicht mehr überbrücken konnte oder einfach von Leuten abgefuckt ist, dass sie zum Beispiel in die Verschwörungsszene abgedriftet sind. Was ich echt traurig finde und das zieht sich ja, ich weiß nicht, ob ihr mal auf Twitter seid, das ist so ein bisschen gerade, wenn ich mal auf Social Media, wenn ich meistens auf Twitter gucke, da müssen rum und wie viele Leute da noch sagen, es hat keine Mondlandung gegeben und also, oder es gibt auch eine riesen Community, die sagt, die Erde ist nicht rund, die ist einfach nicht rund, die ist nicht rund, die ist nicht rund, die ist flach und das ist kein Witz. Also es ist wirklich, wenn ihr da mal unter so einen Post guckt, das gibt es doch gar nicht, was ist los irgendwie, oder auch gestandene Content Creator, irgendwelchen Verschwörungskramen, ich weiß nicht, also es ist, na gut, das ist alles menschlich, ich weiß nicht, irgendwie suchen wir Menschen ja immer nach Gründen, warum es, also läuft ja gerade auch nicht so gut, muss man auch wirklich sagen. In Deutschland finde ich, läuft ja echt überhaupt nicht gut, aber Ja, also können wir schon vorstellen, dass da viel auseinandergegangen ist, das wollte ich eigentlich nur sagen. Was man da machen kann, keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich, weil wenn du mit Leuten nicht vibst, dann vibst du mit Leuten nicht, ne? Und wenn du nicht viel rausgehen magst, dann magst du nicht viel rausgehen, du kannst natürlich, also man kann sich das natürlich vornehmen, ne? Das macht vielleicht auch Sinn, aber also zumindest meine Erfahrung ist, dass man sich trifft mit Leuten und das immer wieder feststellt, es vibet nicht, es vibet nicht, es vibet nicht. Ich finde es manchmal zum Haare raufen, aber ja, also wenn da, habe ich jetzt auch keine Lösung für, sage ich ganz ehrlich, einfach mal angesprochen. Aber bin gespannt auf eure Kommentare und ansonsten, ja, guckt uns auch gerne mal den Dating-Kurs an, wenn ihr das vertiefen wollt oder wenn ihr sagt, Mensch, ich gebe meine Energie in mein nice, geiles Leben, dann kann ich auch den Dating-Kurs nice, geiles Leben und Spiritualität empfehlen wir mir. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben. Wir sehen uns bald wieder, ciao.